Guten Tag und herzlich Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Willkommen, Willkommen in meinem Casino! Ich fick dich härter auseinander wie ein Dean. Mein Name ist Yami Bakuda und ich kämpfe heute gegen... Mein Name ist Joey Wheeler und ich bin, äh, bekannter Drogendealer. Was? Was? War das? 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 Ah, Gott. Ja, das ist hier. Genau, du hast es hier raus. Ja, nicht die 2 Euro-Variante, die die Grad ist, sondern die 20 Euro-Variante, die nicht gratis ist. Okay, ich hab mal... Ich hab mal ein share-steil Papier geboren. Hey, ja. Du darfst anfangen, äh, Sprachen lernen, Bubble. Okay, ich ziehe. Und ich hab schon den perfekten Anfang. Und zwar, ich aktiviere Top der Gegensatzlichkeit. Das ist schön. Okay, äh, oh, oh, ah, okay. Kann ich noch den Effekt meiner Karte durchlesen, du vollidiot? Nein, da hast du nicht. Warum hat Joey nur Level 5 Monster, was ist das für ein Scheiß Deck? Okay. Ähm, gut. Da ich nichts machen kann, setze ich noch... Oh nein! ...spiegelkraft und... ...Metallwandler und beende man zu. Was willst du jetzt tun? Ich... Bin ich da? Ja, äh, ich... Setze eine feine Karte. Oh mein Gott. Das will ich aber nicht. Nein, das ist illegal. It's a trap! Nein, voll die Karte fuckt mich jetzt schon ab, ne? Shit, bumm. Okay. Ah, ja! Geil! Es war eine Schicksals-Tafel. Geil! Dann... Setze ich das. Oh mein Gott. Ich hab verloren. Übertreib mich. Und zu Ende mein Zug. Ich ziehe Herz der Karten. Oh Gott. Das Herz der Karten hasst mich. Ich ziehe Herz der Karten. Das Herz der Karten hasst mich und verpisst mich wieder. Ich setze seine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Choo-Choo Motherfucker. Dieser Zug ist abgefahren. Ah Gott, warte kurz. HALT! Äh, dann... Setze ich... Werft da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und welchen Menschen der Meister? Ist das ein Feiermonster? Die neue Karte ist der Karte. Warte, da ist es geschlossen. Die Teilsanzeigen. Äh, das geht nicht. Was ist das für Bullshit, Joey? Hast du gesoffen, als du diese Karten zusammenbringstellt hast? Joey, hast du gesoffen, als du diese Karten zusammenbringstellt hast? Joey, hast du gesoffen, als du diese Karte hast? Joey, hast du gesoffen, als du das habe ich gesoffen, als ich dieses Deck erstellt habe? Hm, diese Karte. Das ist so Feiermonster, wo sie sich. Warte, warte. Warte, warte. Nein, ich beschwende Teilsanzeigen. Äh... Krieger... Erwartet ihr, dass sich das alles aus, wenn ich am Zeichen erkenne, oder wie? Ich setze eine Karte. Junge, erklär mir das bitte kurz. Eine Karte namens Lavakämpfer. Typ Erde. Ich flippe... Katze des Unglüps. Deine Mutter. Und hole mir damit... Was kann ich machen? Oh, ne, danke. Das wird dumm. Und hole mir damit... diese... eine Karte nach ganz oben auf mein Deck. Äh... Fuck off. Und... Dann... Du bist schwul. Excuse me, what the fuck. What the fuck. Ja... Dann setze ich das da. Baka. Yami Baka. Du solltest besser in diesem Spiel sein. Ich ziehe. Ich aktiviere eine Karte. Wie... Schick sein Karte! Wie? Guck der... Ich hab' verloren. ich habe verloren ich will keine karte aktivieren nervt mich nicht nein weiß dass ich aktiviere jetzt verkauft der gejagten ohne monster im friedhof wer kennt es nicht was kann ich jetzt machen ja jetzt kann ich die warte karte machen so italien da was macht das mein monster brustmann viel spaß mit 1400 schaden euro muss das angegriff dazu kommen ein ja als einwärtig die ausfällt wiii iiii 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 if Wenn ich jetzt noch einen mystischen Raum-Typhoon ziehen würde und einfach das E-blasten würde, hätte ich dann gewonnen. Ah, okay. Dann aktiviere ich diese Karte. Ah, das ist meine Lieblingskarte IRL, Alter. Äh, und setze eine Karte. Kann ja in die Endphase gehen, wenn ich eh nicht anreißen kann. So, und weil ich lustig bin, aktiviere ich die Karte. It's a trap! Und steh mir die Karte, die du gerade aktiviert hast. Warum nicht? Damit können wir 2- Weil, weil ich die jetzt aktiviere, kriege ich 2.000 Schaden. Oh, geil. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ach, nur von den Enten. Das ist ein bisschen fail. Joey, du bist ein Wohlensohn. Ich beschwöre den Wohlensohn. Flammenmanipulator, oh nein. Und ich mache Salamander. Pfff, Salamandra. Halt die Schnause. Ich kenne mein Deck, glaube ich, besser als du. Kannst du immer noch nicht angreifen. Ich greife. Kannst du angreifen. Warum nicht? Ich kann Monster verstören und so, aber dir keinen Schaden machen. Ach so. Läuf. Oh nein. Schwer du Hurensohn, dass du Elvich wär. Hey, that's pretty good. Dann, leg ich wieder eine Karte. Und beende mein Zug. Komm, Herz, Decker. Herz deiner Mutter, Alter. Oh nein, er macht ein Tribut. Ich beschwöre rotäugiger, schwarzer Drache und Delite mein Zug. Und hab verloren. Ah, komm her. Ah, steht für Arsch. Ich beschwöre, dass du gerne hast. Keine Ahnung, was wird gerade laber. Dann. Dann, haha, als Kette. Bitte. Wo ist dich mein Monster damit aus? Ah. Ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Wow. Letztlich das da. Trump wäre stolz auf deine Mauer. Ich würde eine große Wälder bauen. Und niemand bietet Wälder besser als ich, glaube ich. Diese Mauer hat eigentlich noch mehr Sinn, aber da das Duell eh gleich vorbei ist. Ich spezialbeschwöre aus meinem Deck. Rotäugiger, schwarzer Metalldrache. Okay. Und? Ja. Machen wir eine Spezial-Taktik. Machen wir eine Sprecher-Taktik. 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 Machen wir eine Sprecher-Taktik.